Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mega Mine. Wir bauen uns jetzt noch ein bisschen Cobblestone, Gezoppel, alles mögliche. Weil wir wollen ja die Baumschule gleich schön machen. So, jetzt habe ich noch einen ganzen Arsch voll Mauern dabei. Einen ganzen Keiji voll Mauern habe ich dabei. Und jetzt kommen da, äh, kommt eine Steinmauer hin. So, Moment, Mauer. Ja, ich nehme an euch auf, weil ich immer nur noch scheiße meine und das ist langweilig. Ja, genau. Das wird keiner sehen außer Fischi. Ja, ich will das unbedingt sehen. Hat sich Jörg gerade gemütet? Kann sein. Ich glaube schon. Das werde ich jetzt hier haben. Ja, Jörg hat ziemlich gemütet. Ja, ist okay, Jörg ist okay. Das kündigt man eigentlich vorher an, damit wir nicht mal verwirrt sein müssen. Ja, genau. Aber das ist seine Sache. Genau. Wenn er unbedingt ein Assi sein möchte, dann macht er das halt so. Gut, ich glaube die Cobblestone-Dinger reichen nicht. Kann man eigentlich drüber springen? Nein, kann man nicht. Okay. Good job Minecraft. Aber dann sollte man noch über Zäune springen können. Über Mauern. Weil die aussehen, als ob die nur einen halben Block hoch wären. Jörg, das war gemein. Nicht meine Fackeln abbauen, die sollen da stehen. Die Sätze Jörg sich gemütet, das verstehe ich nicht. Wenn er noch weiter spielt. Weiß ich nicht, vielleicht redet er ja gerade neben bei Leuten, die wichtiger sind als wir. Also jeder, okay. Niemand? So, falls ihr euch fragt, was ich hier für eine Scheiße baue, ich weiß es auch nicht. Hört ihr mich jetzt wieder ja, ne? Ja. Aber sehr leise. Ja. Ich rede wieder lauter. Danke. Warum hast du dich gemütet? Bei meiner Mutter dann aber. Nein. So, es hätte ich auch genommen. Ich auch, könnte man auf jeden Fall jetzt, ich habe Todeshunger. Ja. Auch gleich ein Waschpern erst unter zwei. Drei. 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 So, mit Ö. Ich hoffe, die Bomben sind in diesem Leben noch fertig. Hä? Du warst hier anscheinend schon mal. Oder ich. Oder wahrscheinlich du. Dirk, du bist echt saumäßig leise. Aber er genießt das, er möchte saumäßig leise sein. Okay. Geht's besser? Ja. Bisschen. Hüsterchen. Ne, 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 ne. Ich glaube, ich habe zu wenig Dirk mitgenommen. Ich muss Kischis Diamantschaufel reparieren. Aka meine. Was? Reparieren. Ja, reparieren. Die ist kaputt. Machst du einfach eine neue. Es kostet zwei Diamanten. Nein, es kostet einen Diamanten. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich günstiger als nur sie zu reparieren. Habe ich auch. Ich höre mein Spiel nicht mehr. Ist auch gut so. Okay, das Deck hat nicht gereicht. Ich brauche wahrscheinlich so zwei. Könnt ihr beide pennen? Ich glaube, ich habe gerade einen Cave Couch gehört. Was können wir? Pennen. Schon wieder? Ich habe kein Bett. Es ist jetzt gerade nass geworden. Wir gehen in eine Mine und fahren so lange bis Megatare sind. Was hältst du von? Nein. Ja, fahren wir mal durch. Hier sind zwei gegen eins. Also, was willst du machen? Das Schlagerhof ist weiter aufräumen. So wie ich die ganze Zeit schon mache. Bist du sagt, meine Sachen wieder einordnen? Die drei, die ich gesammelt habe. Das da weg, das da weg. Kannst du wahrscheinlich eh bald einen Keller anbauen. Wie so ein Keller? Ja, genau. In die Höhe noch. Ne, wir gehen noch hinten noch einen raus. Achso. Also das gleiche nochmal hier hinter. Deshalb habe ich so viel Platz da gelassen. Wollten wir dich nach links noch machen? Ja, wenn man links vorsteht, aber da wollten wir jetzt irgendwie einen Vorgarten hinklatschen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann können wir auch nach rechts ausbauen eigentlich. Fackeln wären in Verschiedenes oder? Nein, Fackeln wären in Werkzeuge. Gut, dann muss ich neue Fackeln bauen. Ich baue gleich mal ein paar mehr. Ich brauche hier so ein paar angefangene Birken noch mitnehmen. Machen wir mal so. So. Machen wir mal so. Zwei Stacks Fackeln wieder. Come on. Ja, ich werde jetzt erstmal in... Ach, ich habe nichts gegessen, scheiße. Ich bin übrigens ausgehungert. Ist jetzt so ein Mod zum Beispiel, womit man sehen kann, wo Viecher spawnen und so auch verboten? Ich glaube schon. Wenn man was ausleuchten will. Das sind doch alle Mods verboten, außer Optifine. Ja, Optifine ist jetzt schon nicht. Wahrscheinlich ist Optifine sogar verboten, weil wenn man dann Zoom hat und da Vorteile davon hat oder was weiß ich. Wahrscheinlich, wenn ich für den Krieg als Burgenschütze hat man ja übertriebene Vorteile mit Optifine, weil der Burgen auch so weit schießt. Ja. Bin gleich wahrscheinlich tot. Ich höre aber gleich ein bisschen. Etwas? Ja. Von Redstone kriegt man übertrieben viel Erfahrung, fällt mir grad darauf. Von was? Von Redstone? Ja. 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 Frau Birchler... ...ich zieht um die Zoom-Durchkrate, ganz andere. ...enkommt Kopieves einheit wesentlich, obwohl ich nur nicht mehr draufkriege hab. Die Ich bin tot! Ich bin tot! Wie viele Level hast du verloren?! 22 Uhr oder so. Wasか! Scheiße ist, dass der�руп Mainungen leckt. Die superheroes einheitende nennen케言��로. Oh ja. Wo ist das? Das ist so nervig! Ich kenne die Scheiß spinne gar nicht mehr... Ich komm nicht mal durch meine Türen durch! Ich kann dich von den Witches, die ich bekämpft hab. Ich schlag dir tausendmal, wir kriegen keinen Schaden. Ne, ich konnte einfach nicht hingehen, weil ich hatte nur ein halbes Leben und bin sofort der Spinner rückwärts weggelaufen. Die Spinner hat sich immer wieder zu mir hin teleportiert. Guter Server auf jeden Fall. Danke, OnePire. Es ist viel unkalt, ihr haut zu den Server. Ja, trotzdem. OnePire ist mit Schuld. Und das war's mit dir. Mir egal. Das stört. Das kannst du nicht bestreiten. Ist doch so. Der ist halt extrem. Ja, es wäre halt einfach gar kein Problem, wenn er vor einmal abgeflogen hätte, die ganze Map. Gut, dann hätte man natürlich nichts mehr, hätte man auf der Dynamic Map alles gesehen, aber ey, dann würde Vincent den Server nicht so lecken. Du kannst ehrlich drauf geschissen, dass man auf der Dynamic Map alles gesehen hätte. Theoretisch ist die schon nicht verirrlich erlaubt. Wenn du keine Minimap drauf machen darfst, darfst du eigentlich die Dynamic Map nehmen. Auf der Minimap siehst du genau das gleiche. Das ist theoretisch einfach hundertprozentig das gleiche. Naja, auf der Minimap siehst du genau, wo du bist und kannst du auch noch leichter gucken, weil der Dynamic, weil es hat ja nicht jeder einen zweiten Date genommen. Scheiß Spinne! Ja, und Sense Minimap ist natürlich auch ein bisschen imbar, in dem man einstellen kann, dass man die Feinde, Freunde, Creeper, alle möglichen Tiere sehen kann. Ach so, ja, so was würde ich ja nicht mal machen. Ich wollte die Minimap ja einfach nur mal zum zurechtfinden, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie nach Hause rennen müssen, haben. Ja, aber wir dürfen es ja halt nicht. Ja. Wobei, gewisse Leute haben sie ja drin. Und es interessiert ja niemanden. Ja, genau. Das wird einfach kompetent ignoriert. Kompetent ignoriert wird das. Weil wir sind ja sowieso die schlechten Leute, wir brauchen ja nur Negatives. Ja, genau. Wir sind ja so arrogant. Auf jeden Fall. Genau. Und auch immer so aggressiv gleich. Ja. Ich weiß gar nicht, was mit uns los ist, ey. Dass wir uns noch nicht erschossen haben. Wir fordern ja immer nur und geben nix zurück. Was wollen wir denn zurückgeben? Paus mal. Ey, hier, BAM! Ich hasse dreckige Spinnen. Böser Creeper. Dummes Gelände. Also nehmen wir dann heute noch auf oder irgendwann anders? Also ich nehme jetzt noch diesen Part auf und dann ist mein Festplätze eh voll. Ich meine vielleicht Titan Quest. Achso, ja. Muss ich gucken, ob ich noch was geländert kriege, ne? Davor kann ich eh nicht aufnehmen. Es ist jetzt schon um 18 Uhr. Ich kriege heute eventuell noch Besuch. Von mir? Danke. Ja, von dir. Bitte. Ich spiele ja manchmal voll im Arsch. Die Jaxe-Hack-Kamine für mal einfach alles. Ja, ist so. Ich brauche auch nur einen. Was wollte ich jetzt noch machen? Essen holen. Ich nehme wieder... Ich finde, hier verlauft immer nur einen so einen Scheiße Diamanten. Ja, es kann halt von einem bis acht, glaube ich. Alles möglich sein. Ich habe eine Höhle gefunden. Hier, hilfst du mir. Hm, ich komme. Ich bin schon. Gut, wie... Aua! Jetzt kommt schon wieder so ein Scheiß. Oder was? Äh, ich glaube schon. Ich habe einfach neben dir gegraben. Und den Eingang, den du gegraben hast, aber die habe ich ein bisschen weiter noch gemacht. Habe ich gar nicht gesehen. Du hast mich angeguckt. Ja. Ach ja, ja, ja. Das ist doch schon lange her. Du hast mich direkt in die aufgeguckt. Ja. Gut, ciao. Wie war das? Wie war das? Wie fein? Sehe ich dich? Hast du da so einen Dirtblock mitten im Gang gemacht? Nee, ne? Nee. Der hat mich hier abgeschossen. Alter. Ich wurde gerade auch schon wieder abgeschossen. Skelette sind so ein bisschen nervig vielleicht. Hä? Wie bist du denn? Ich bin ein bisschen weitergegangen, als man gucken kann hier unten. Also. Ah ja. Ich habe dich. Wie? Du hast mich. Ja, ich bin gleich bei dir. Wie siehst du mich? Oh mein Gott, ein Creeper in der Rüstung kommt schnell weg hier. Ich habe mit Optifine reingezogen. Aber ich konnte dich trotzdem nicht sehen. Wie soll ich dich sonst sehen? Keine Ahnung. Ich habe auch mit Optifine gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Wieso bist du schneller als ich? Ich sprinte. Mach ich auch öfters. Und da unten geht es dann runter. Und da habe ich Angst. Ja, oh ja. Geh du zuerst. Da ist schon wieder ein Creeper vor mir. Dann geh mir bitte aus ins Gesicht. Ganz schön tief, ne? Ja. Soll ich dich schubsen? Das nimmt dir die Angst. Nein, 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 nein. Das nimmt dir die Angst. Soll ich dich schubsen? Das nimmt dir die Angst. Hilfe! Hat er dich wirklich geschubst? Dann bleibt er oben. Tschüss, Jax. Ich habe das Wasser mit dir. Ah! Ich höre es nur noch explodieren. Hilfe! Hilfe! Was soll ich machen? Ich kann sie nicht abbauen. Hier ist Wasser. Komm runter. Die Creeper sind alle explodiert. Ich bin eh gleich tot. Ich habe das Wasser. Ich habe... Aua! Ich habe eine Ende-Auge. Nein, eine Ende-Perle. Ich habe mich eingebaut. Ich habe Angst. Ja! Weißt du, wie viele Monster hier sind? Nein. Alle? Scheiße, was ist hier denn alles? Ich bin tot. Ich habe schon wieder ein neues Level verloren. Ich hasse das Spiel! Du wurdest von einem Slime getötet? Oh ja! Richtig guter Minecraft auf jeden Fall. Ja. Tausend Zombies, tausend Spirntern, kommt eins im Slime und sprich mich an. Fischi, komm mal mit runter, ey. Ja, warte, ich muss mich erst mal einkriegen. Komm runter, die Creeper sind weg. Ich höre nur noch, überall zwischen neben mir, überall explodiert alles, überall fliegen heile auf, danke hier. Warte mal. Ich habe nicht mal meine vollkommene Rüstung. Ich weiß nicht, wo ich hingerannt bin. Das ist einfach... Oh mein Gott. Oben auf unserer Mine steht ein Creeper. Das ist toll. Wenn du bei meinem Bett weitergehst, glaube ich, ist der drittletzte Gang oder zweitletzte Gang. Wo zum Teufel seid ihr? In der Höhle. Ja, ich gehe gerade runter, aber ich kenne dieses Ding nicht mehr. Ich sehe dich. Nein, ich sehe Freddy. Sehe ich Freddy? Ich sehe... Ich sehe mich eigentlich nicht. Jetzt sehe ich dich. So, und jetzt, der Wohlang? Moment, wo ist Jörg? Wo ist Jörg? Wo ist Jörg? Ich sehe Jörg nicht. Hey, Moment. Durch den Gravelgang? Ich glaube, ich bin durch den oder den. Der könnte es auch gewesen sein. Komm einfach hier mit. Aua, lass mich zufrieden. Hey, Moment. Ich setze die Fackel immer an die Wand. Das ist Jörgs Gang. Die Machen liegen hier alle noch. Ich weiß. Kannst du mitnehmen. Ja. Ich glaube, das ist der hier. Ich bin voll. Ja, das dürfte der sein. Du wirst genau gestorben, wo die Diamanten liegen. Und der dicke Slime. Hast du alles getötet, neben mir, das ist nicht. Nevermind zurück. Oh, Freddy! Ich weiß nicht, wo das ist. Ich sterbe auch. Du stirbst nicht. Das darfst du mein Gang sein. Nein. Ich töte dich. Ich töte dich. Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Gerade so. Halben Herz. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da ist er. Jörg, halt durch. Wir sind gleich da. Ja, ich habe mich eingemacht. Ich sehe auch die Slimes, die Jörg gerade angreifen. Ja. Auf anderer Seite sind seine Sachen, die müssen schnell geholt werden. Ja, ich weiß ja nicht, wo er runter ist. Hier. Wow! Ich habe Wasser. Holy shit! Wo bist du denn? Ich bin hierher. Siehst du mich? Nein. Ich sehe dich. Hier ist er. Hier ist er. Links, links. Ja. Hier sind alle Sachen. Boah, überall. Ich kann dich sammeln ein. Schnell, schnell, schnell. Ich halte die Spinnen von dir ab. So, hab alles. Ich muss gerade erstmal fressen. Wow! Mein Schwert fehlt aber. Ich glaube, das ist einer von euch. Ja, ich kann was er aufgesammelt haben. Ich weiß bestimmt nicht. Ich war nicht mal bei den Sachen. Wer schießt denn hier auf mich? Hast du mich verarschen? Hinter dir hast du es gelassen. Ich habe nur noch drei Herzen. Zweieinhalb. Sag doch was, Skelett. Habe ich doch gesagt. Nee, hab mir ein Skelett geredet. Ich bin noch zweieinhalb Herzen. Hier sind Diamanten. Ich habe mich da versucht einzubauen und da habe ich gestorben. Ihr grabt alles schreit, ne? Eisenschwert habe ich hier. Hast du noch ein paar Fackquellen? Ja, warte. Ja. Da ist ein Stack. Danke. Hier sind auch noch die Diamanten. Oh, Obsidian. Da müssen wir ganz vorsichtig aufbauen, ne? Ich habe übrigens schon wieder kein Essen. Ich kann dir gleich was geben. Ja, das werde ich auch eingesackt haben. Wahrscheinlich. Ich kann euch sonst auch gleich was geben. Ich habe noch geringfügig was dabei. Ja, mein Essen und mein... Boah, da hinten sind ganz viele Spinnen. Habt ihr noch was oder nicht? Mein Schwert wäre super und mein Essen wäre super. Freddy, hier. Und meine Pfeile. Da hast du ein Diamantschwert. Danke. Ich komme wieder raus. Tschüss. Ciao. Äh, wie kommt man hier wieder raus? Hier sind deine Pfeile. Bei mir. Durch das... Wo bist du? Hier. Vor dir. Ähm, könnte ich dafür das... Das ist so schlecht. Achso, das ist der Shader, ne? Äh, jetzt? Ich habe den Shader eigentlich aus. Ja? Das Eisenschwert, bitte? Danke. Ich glaube, du musst hier durch, durch das Wasser. Ja, das habe ich da gesetzt. Wo? Der Wasserfluss hier. Oh, über uns sind Diamanten. Ja, die will ich haben. Ich will ja haben. Ich brauche Level. Du brauchst schon 1000. Ich sag ja gar nicht. Geh da hin. Ich brauche nur noch 9 Level, ey. Bist du auch noch? Boah, ist das hier nervig. Wenn du wahrscheinlich noch mehr liegen, hier sind es schon wieder Diamanten. Alter, ist die Höhle geil, ey. Freddy, kannst du bitte gleich noch einen Part aufnehmen? Ich will nicht aufhören. Wow. Ich will nicht aufnehmen. Die Aktion war gerade echt lustig. Ja, vor allem an Slime gestorben. Ja, das war so richtig herrlich. Das war nicht. 10 Millionen Monster da unten drin und Freddy stirbt an einem Slime. Was soll ich denn bitte machen? 1000 Monster greifen mich an, da kommt Slime, da bin ich tot. Soll ich lieber noch wegspringen und die Spinne reinspringen, die irgendwie schon, wo mich vorher gesprungen ist? Ja. Toll, ein Block, die haben wir. Wo zum Teufel? Wie komme ich wieder hier raus? Jetzt habe ich kein Essen. Ja, wo bist du denn? Ach, jetzt, ich bin jetzt im Hauptgang. Ich bin jetzt im Hauptgang. Einfach hinter dir laufen. Ja, ich bin gerade in den falschen Gang reingegangen. Ich bin einfach den Gang durchgegangen, habe den Hauptdingen nicht bemerken, bin zwei Blöcke weiter, statt auf einmal wieder in einer riesigen Höhle. Und ich habe immer so, what the fuck? Wo bin ich jetzt schon wieder? Sag mal, Kichas, komm, so ein Aufnehmen muss. Okay. Ich mache da kurz eine Aufnahmepause hier. Bis gleich. Bis gleich.